Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg. Man lernt nie aus. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Man lernt nie aus. Der Gegner braucht noch 3 Kills. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Niederlage. Highlight des Spiels. Niemals sind alle Kills. Doppelkilln Drei Zwei Eins Los Gerechtigkeit verschreckt sich nicht von allein Ihr Team liegt nicht mehr in Führung Ihr Team liegt in Führung Ihr Team liegt in Führung Doppelkilln 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 Oh, jetzt rund Overwatcher hätte das wärs Doppelkilln Die Stunde hat geschlagen. Oh, ich war's. Die Stunde hatte geschlagen. Und warum? Weil es Overwatch ist. Ja, was ist das? Und dann durch Spaß hier. Ich könnte einen Arzt gebrauchen. Ich kann hier keinen Pferd schon machen Oh mein Ihr Team liegt nicht mehr in Führung Bereit zum Perfekt Okay, alles auf Anfang Bist du so ein guter Spieler Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Ich verliere Ich hab schnell Deppisch Oh ja Oh ja Oh ja Das macht Spaß. Man lernt nie aus. Einfach mal zum Abwarten die Puppe geschuss. Der Gegner braucht noch 1 Stunde. Jawohl, schön, schön, schön. Match abgeschlossen. Niederlage. Niederlage. Hat das jetzt auch hundertfach Spass gemacht? Ich brauche dich noch. Ja, schon. Es hat ja Erfahrungen gehabt. Und die wird hier in Overwatch 2 mit übernommen. Von daher hat es schon Spass gemacht. Könnt ihr vielleicht auch zusagen? Nein. User erinnert deinen Kanal. Servusun. Ardon. Hallo. Das ist der Zuckert Show. Der spielt jetzt mal gerne Path of Exile. Ja. Manchmal ist es drin rund League of Legends. Mh. 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 Boah echt, echt guter Spieler, wie ich so. Wir haben noch ne Rechnung auf. Machst du Dauersender an, oder? Ja, ich? Prima, warum? Vorher hat er mehr als sonst. Okay, interessant. Ich hab's nix geändert. Aber das Lampel ist leicht, nicht? Dann hab ich Atme her in seinem Scheid. Okay. Okay. Hä? Ich dürfte jetzt eigentlich nix ausmachen. Aber ich kann mich da auch nicht so aus. Also... Ja, das ist so ausmachen. Ja. 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 Ja, dann macht Spaß! Kommt's in der Hand so und schießt's mal die Scheibe Ja, gell, oder? Ja, das sollte man, hat der Bock drauf Gutes Spiel Ajo Schalte mal Nummer A, der Astrali Jawoll Sproderladung, Schraubing, das Beste mit ihm, ne? Klasse Macht's Spass Na ja Nächstes zu Ende 20, das geht mir ja noch umfohlen Ganz knapp Klar war ich, das ist wie im Anime, hier haben wir auch angefangen, die Wolle zum Auge und dann kommt die Comeback, ne? Oh, Comeback Halt mich, halt mich Gutes Spiel Nichts Fakten Ja Hmmmmmmmmmmmmm Okay Ja, Entführung Der Gegner braucht 5 heals für den Sieg Der Brache bürgt meine Finger! Ich hab doch... Ich hab doch diese sogenannte Highline erfüllen... Sie gewinnen! Sie gewinnen! Sieg! Ich hab's gewonnen, wie der Doppelzug! Ah, Alter! So ist es aber wie ihm auch nicht mehr! Nicht nur, dass die Doomfist-Gangiger dann mehr ja auch... Das ist ein Lasser! Das ist ein Lasser! Und so eine Witwe war auch im Spiel! Willkommen in Blizzard World! Sie betreten die Mikropole! Bereiten Sie sich auf den Kampf vor! Wählen Sie Ihren Helden! Drei... Zwei... Eins... Los! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein! Ja, aber letztlich muss ich um das Gangeh... Ich bin... Nur ein Kratzer! Ihr Team... Ich hab Bock drauf! Hm? Ich hab doch auch hundertfach... Ich hab das Game-Up für ihr Bock drauf! Juuuup! 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 Juuuup.... Juuuup! Ja, du hast jedes Mal, wenn du dazu gehst, immer ein McQueen spiel, dann ist das Sinn, dass du da noch ganz gern spielst. Und wer spielt an der Zeit? Naja, das ist ja bekannt, wie du bist. Alter, in jedem Schneidere McCree mit goldenen Kolven. Kolven? Ein großer Revolver. Stark, oder? Macht Spaß. Was? Das ist ja auch. Dash, Dash. Nachschub geboten. Ansiedsberatung. Ein großer Revolver. Versuch! Oh! Das ist ja auch. Das wird das Lastly im Hintergrund besser. Aber die Frager, wir sind ja auch wiederländisch. Das ist ja auch. Redenテokon. Unsere Opfer ist ja auch wieder. Noch in der glove. Das ist ja auch. Oh, der Teamplayer. Haha, einfach irgendwo ist das Beste vor deiner Fressur. Ja, das ist witzig. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Über, die Streuten sind erlöst. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Niederlage. Klick, 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 klick. Highlight des Spiels. Tschuldschung. Guck mal was da los ist. Normal ist das nicht. Quatsch. Schau. Der Gegner ist der Gegner. Konsequenzi gar nicht in den Schaden. Hör. Nur 1 Kills. Puh. Er kann alles hacken. Ich muss die Lace-Mans fangen. Ah ja. Auf. Warum macht ihr da? Ich muss jetzt langsam erbauen, aber weißt du wie es ist? Hast du mal beim Angeruf? Die Nummer nicht. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ich glaube der ist doch in dieser hier... ...Arbeitslosgruppe drin, oder nicht? Ja... Der hat sich jetzt erst mal gemüt. Vielleicht ist er ja die ganze Zeit da gewesen. Oh. Oh naja, ist keine Arbeitslos... Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Natürlich auch so. Warum bist du eigentlich schon in der Arbeitslosgruppe-Badplaster? Ich bin nicht eingeladen. Ich habe schon drei Momofrot wieder die Handynummer. Aber du kriegst ihn da raus. Oh, ne? Ja. So viel ich weiß von uns mit Null Ends auch. Aber weiter weiß ich nicht. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ich geh mein Schutz. Wiederschön zusammengefliegen. Wir Team und Entführung. die Actionquests sind 9-0. 190! Padplaster! Sibve 6. Sibve 6. Sibve 6. Alter, das ist ne Klassiker. Hä, wir auf DSF. Ich glaube, die kommen immer noch. Mensch, das ist immer noch. Die haben immer noch kein Fernsehen mehr, die sitzen gar nicht nachts und vor allem nicht DSF. Muss ich nicht mal DSF sind, es muss ja einfach nur irgendeine Film-Sendente da oben irgendwo hupsch und so ab 1 Uhr mal schon, es kommt auch schon die, wir haben überall. Ja, das sehe ich mir auch. Wusste ich einfach nicht. Drück in den Satz. Niemalscheier, ich denke über alle sexy Sportclips. Oh, dann werde ich auch schockiert, dass die, es hat natürlich auch so diese sexy Sportquiz, was immer vorher war. Gibt's glaube ich auch schon ewig nicht mehr. Kam du was vorher? Ja. Als er die blöden, die gemapst, die dann von 11 bis 12, dann hat sie was angehabt. Und dann immer, ich glaube so in der Letch-Fat schon hat immer mehr ausgezogen und dann von 12 bis 12 hat es dann gebloks gezogen. Und dann hat er halt in dem Moment genau in der angehoben, was 12 Uhr war und dann ach, er hat es leider nicht gewusst und ja. Ja. Wie es halt ist, der Hot Button hat halt zugeschlagen. Mhm. Ja. Ja. Hot Button. Alter, neun Live und so. Ja. Auf neun Live-Fahrer doch haben wir so eine Bracke gewöhnt, oder? Ja, die waren alle, also eine heftig, so wie die auch nicht. Was? Die waren alle so richtige Schafbracke. Die waren ganz einfach nur eine dabei, wahrscheinlich. Das ist eine große Schafbracke. Jaa.... Jawoll. Hahaha, Schafbracke! Tscheibenhoher ist ein Loch. Nein. Der Mann braucht keine Abwechslung, doch mal in der Schafbracke. Mal in der Schafbracke. Wobei ich an sie schon wieder, McCree. Und wer ist der Held aller Zeiten? Ja, der Input. Wer ist denn? Wer ist denn? Wer wird da im Vogleich immer gebannt? Also wer ist jetzt gefehrstellt aller Zeiten? Kotze ich brav, kommen wir Held gebannen. Nein, das ist genau das Problem. Sieh ich mal, es ist halt fertig auf Legends. Okay, tot, oder? Also das Fleisch im Overwatch aus dem DMC für einen Pack, wo sie bringen. Ja, das bin ich ja. Das ist wie, ähm, der Part wechselnd Streik entschlossen. Das wird geil, ey. Das hat's aber eher verdient, weil sie dennoch an der Grafik was machen. Hm? Sollust ich jeden mit mir streite? Nee, glaubst du's nicht? Doch. Ja, was machen sie du so? Das sieht halt alles anders aus. Okay. Ja, aber das Spielprinzip ist immer noch selber, oder? Ja. Ja, in Path of Exile zum Beispiel halt nett. Warum nett? Weil sie so halt die Items bisher bearbeiten, das mit der Sokkel und so. Bei Overwatch hat's gar keine Items gehabt, die tun sie jetzt erst einführen. Möchtend diese Singleplayer-Kampagne? Ja, die Highly Replayable. Und in jedem anderen Spiel einfach eine DLC. Highly Replayable! Replayable. Das ist auch einfach so Spieleindustrie Floskel, die komplett leer ist und nichts bedeutet. Highly replayable. Es hat halt aussehen, als wenn du das fünfmal geschnettet hast, dann war es das. Aber, wenn die das sahen. Genau so, genauso highly replayable wie der Adventure-Modus bei Diablo 3. Wo man jedes Mal, wenn man wieder das Material aus der Kiste braucht, kotzt, weil man Bounties machen muss. Ja, das ist stark. Ja, das ist stark. Rein da! Regenerativer Schub! Gefahr springen Teilnehmer lebendig Wat? Da steht er im Stream Gefahr springen Teilnehmer lebendig Oh Das ist gefährlich, wenn die Teilnehmer lebendig sind Keine Ahnung, jetzt schnell was anderes Arsch doch halt mit Regenum Wirst du Babtischt gehört So, ne match ist das Drei, zwei Nehmen wir Babtischt, deine kenn ich noch nicht Wie sowas danach Aber heißt das nicht immer Babtischt macht so viel Schade Alles stimmt Warte, ist das nicht Sigmar Gabriel? Tch So war das jetzt nicht im End Hallo So Hm? Oh Jetzt hat er einfach wieder eine Flüge genommen Ist das ein Heiler? Ist das ein Heiler? Ja Er heilt Ich bin der mal die Schade Die Megaschna verliebert und der mal sie abschießt Tschüss. Ich dachte nach dem Mega-Team-Freilich machen die Gegner. Ach so, ja, das ist gut, ja, das ist so ein Ziel. Ich sehe, dass ich ihn mache. Eier, Puppu. Guten Abend, gute Nacht. Der Stadtpfand ist auch witzig, ich bin heimkommen. Bumbe, ich gehe nur von einem Gag. Äh, wir sind einfach nur abartig für die Poste über der 3. Weltkrieg. Nein, überhaupt was abgeht. Ja, ich habe auch auf Twitter hingeloggt und das Trending-Hashtag war einfach die 3. Weltkrieg. Ja, ich denke, 2020 war ein gutes Jahr. Was? Ja, warte. Ja, warte. Irgendwie hat er das einfach so von sich aus gesagt. So, Puppu. Die Poste vergehen voll und Irgendwie ohne Abstimmung im Kongress und so. Das hat er einfach mal gemacht. So, hier, Feuerfall. Ich hab das gar nicht mitgerät. Ich hab das gar nicht mitgerät. Normalerweise ist so mein Morgenritual für Arbeit, dass ich mal Kaffee hole und Nachrichten lasse. Aber jetzt, wo ich Urlaub hab, gab's halt nur ein paar direkt da hin und keine Nachrichten. Also, ich hab was mitgerät, dass du auch General gesprungen hast. Da war dann, jo, komm, äh, irgendeiner ist wieder da unten gesprungen. Obst du, bitte da irgendeiner war. Und dann, äh, hat das auch mitgerätzt, dass das die Amis waren. Aber, dann würdest du so die Nerven dran verliere und dann, äh, ach Gott. Ja, was war, was war Nationalität bei dieser General? Äh, das ist die Rake? Ja. Hm. Hm. Und war das ein Baser oder war das ein Duder? Ja. Äh. 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 Ja, ne. Das ist doch Preisfrage. Ich krieg doch bei Ihnen nicht, was du noch alles abgerät hast. Ja, das ist halt ein Grupp, ne? Also... Du hast doch alle Häuser abgelockt irgendwas anderes und irgendein anderer ist das Chef und so. Geh mir doch auf. Dementsprech. Der Behn hat auch 10 Hills für den Sieg. Eih. Eih. Ein Schuss. Ein Treff. Der Behn hat auch 10 Hills für den Siegen. Oh, Leck. Ja. Er. Eih. Hupock. Oh mein Gott. Oh, Lick. Klasse. Der Gegner braucht vier Kills. Der Gegner braucht vier Kills. Der Gegner braucht noch drei Kills. Der Gegner braucht noch zwei Kills. Noah hat das Match verlassen. Der Gegner braucht noch zwei Kills. Match abgeschlossen. Niederlage. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Die Wurde ist, der Geist ist. Der Gegner braucht noch zwei Kills. Ich habe zwei Kills. Ich habe zwei Kills. Willkommen in Paris, bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Habe ich gewohnt, was in den Gegner drin ist? Jawoll, Genji, das ist er schon. Okay, ihr habt es ja nicht anders gewonnen. Äh, wer du bist? Doch, nicht unfair, Stellend aller Zeiten. Du kannst dann weiter wechseln. Wie ist die, du kannst wieder weiter wechseln. Dann müsst ihr euch schon mehr ins Zeug legen. Oh, Mann. 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 Ich mache jetzt Feuer unterm Hintern. Howdy. Hat noch keiner gewechselt? Gut. Vielleicht wechseln der Genji gleich auf Doomfist. Dann kann der Genji wechseln. Dann kann der Genji wechseln. Ok, ich mache jetzt mal los. So muss ich vertreten. Nicht so. Ich muss alleine weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Kein Kills. Feindlicher Scharfschüsse. Köpfe einziehen. Barrient. Kein Kontakt. Da wird viel. Barrient. Trägt generativer Schuppen. Oh, niemand. Oh, klar. Das ist der Stunde abgeschlagen. Die Stunde hat geschlagen. Reinder. Oh, was ist das? Die Stunde hat geschlagen. Ab mit dem Rohr. Feuert aus allen Rohren. Ganz so eine Schöpferung. Todgesagte Nebenleggen. Scharfschütze, haltet den Kopf unten. So belächelnbar. Hier drüben. Langsam halt. Okay, ihr habt's ja nicht anders gewollt. Barriere ist instabil. Denk generativer Schuppen. Hey. Wie schon. Wir haben noch ne Rechnung offen. Noch 5 Kills. Jetzt noch die Schusterhahn. Noch 6 Kills. Die Stinde sind dabei. Regenerative Schuppen aktiviert. Och, jawohl. Du hast gesagt, der Leben lecker. Seit 24 zu 12 gestanden. Wenn ich jetzt 27 zu 28 bin. Obst, das ist ein Junge. Wir müssen kurz warten, das neue. Sie betreten den Lijang-Garten. Sie betreten den Lijang-Garten. Hier wird's gleich lauus! Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Schwarzen. Verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Na, wie geht's? Ihr Team liegt in Führung. Nein! Glaublich hat ein Geist gesehen. Man lernt nie aus! Oh mein. Ach, krass. Ihr Team, wenigstens mehr Entführung. Zurück in den Sattel. Heute sind wir alle Soldaten. Die Stunde hat geschlagen. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 57 Kills für den Gustavien. Anstrengen Sieg, in dem der Sieg ist. Der Gegner braucht 21 Kills für den Sieg. Das ist wirklich Ich bin ein Mann mit einer Mission. Steh mir nicht im Weg. Ihr Team liegt in Führung. Noch ein Kill. Am Abend in Eichenwalde. Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. Okay. In Ordnung. Der Kopf wird schlapp. Der Kopf wird schlapp. Ah, Töpfel. Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Sie sind in Führung gegangen. Wir haben noch eine Rechnung gebraucht. 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 Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Wir haben noch eine Rechnung gebraucht. 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 Sieg Highlight des Spiels Sieg Unterwegs nach Petra Bereiten Sie sich auf den Kampf vor Wählen Sie Ihren Helden Drei Zwei Eins Los Bader Fortschritt ist nur durch Konflikte möglich Drei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war schon einmal ein Feindgeschütz gesichtet. Ich war Friesen bereit. Geht euch! Sammelt euch bei mir! Jetzt wird eins! Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Die Stunde hat geschlafen. Taktisches Visier aktiviert! Komm her! Ich weiß nicht mehr in Führung. Ich bin jetzt nicht mehr in Führung. Ich bin jetzt nicht mehr in Führung. Ruhn mal, guck! Das ist ein erfolgreicher Patient, guck! Noch drei Kills. Noch drei Kills. Noch zwei Kills, 3 Noch ein Kill Alles beabsichtigt Oh nöööö Wenn du über dieses Rad kann ich nicht das Gumpolin hochbringen Wenn ich noch nicht gewusst möchte, muss ich das noch zeigen Jeder Tod bedeutet Ehre Ehre bedeutet Erlösung Ich glaube, wir sind gleich gleich, oder? Ja, komm zurück, komm zurück Du bist echt, du Mit die Aufschlag Schaut mit den Augen des Drachen Ja, das kriegen wir noch verlassen Ja, klasse Ich bin da Match abgeschlossen Sieg Pfft An die meine ich geklappt Ist gut Willkommen im Castillo. Gerechtigkeit, voll schreckt sich nicht von allein. Ihr Team, ein Führer. Nice match mit Genshin. Nicht üblich. Sieht euch aus, die Hilfe wär nett. Noch sie gilt. Tod von oben. Hat wie einer was von fair gesagt. Gibt die Ohrschlagung. Eck in den Sack. Was? 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 Noch fünf Kills. Genau, was der Arzt verschrieben hat. Noch zwei Kills. Noch zwei Kills. Ah, ja. Noch ein Kill. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Double Kill. Speierungssysteme kalibriert. Aktivierende Tanklist. Sie betreten die Mekropole. Verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los. Ein Schuss. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Ihr Team liegt in Führung. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Juli ist hier. Geladen Sie den Schuss. Der Drache sieht ruhig. Der Drache sieht ruhig. Der Drache sieht ruhig. Ihr Team liegt in Führung. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Drache ist noch nicht mehr in Führung. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Systeme wiederhergestellt. Vorsicht! Sperrgemäß! Der Mamster ist zufrieden. Willkommen in Hollywood. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei. Zwei. Eins. Los! Sieh das Tod bedeutet Ehre. Zwei. Ich habe meine Entführung. Ich trau mich, ich habe meine Verkaufsituation. Meine ganze Arbeit, alles umsonst. Oh, Mann! Ich bin hier. Ich bin hier. Gut gekämpft. Ich bin hier. 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 Ihr Team liegt in Führung. Ein unbedeutender Rückschlag. 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 Schaut! Feuert das Eilenrohr! Rein da! Noch 15 Kills. Der Tod ist unter euch. Diesmal bring ich's zu Ende. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Ja! Also, das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Schütze Immatality, stay, 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 stay Good job, good job, McCree, nice Hey, McCree, don't feed, just stay in here, stay, stay, come on, McCree, don't Stay, 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 come on, McCree, don't Der Gegner braucht 5 kills für den Sieg Scharfschütze Hat die Widow Bock? Der Gegner braucht noch 3 kills Der Gegner braucht noch einen kill Match abgeschlossen Niederlage Highlight des Spiels Garry Willkommen in Paris Ein Schuss, ein Treffer Bäh Das habe ich kaputt. Rendez-vous avec la mort. Langsam, Heilsport. Lass' ich mit mir reinlegen, spieg ich mir voll. Willkommen in Blizzard World. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Wir sind einfach so. 3, 2, 1, los. Ja? Oh ja. Das ist doch. Es ist wieder ein Battlenet, auf dem... Oh, ist... Oh! Was? Mir stirbt keiner weg! Noch bin ich nicht so. Das ist so schön, Schapamoregan. Du solltest mir besser nicht in die Quere kommen. Geht es, dass ich ihn! Das ist alles, okay? Geht es! Geht es! Geht es! Geht es! Geht es, Mann! Vor mir kann sich niemand verstecken. Ihr Team liegt in Führung. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Macht Spass. Genji, ne? Klasse Held. Gerechtigkeit vollstreckt. Gerechtigkeit vollstreckt. Gerechtigkeit vollstreckt. Gerechtigkeit vollstreckt. Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg. Von mir kann ich niemand verstehen. Gerechtigkeit vollstreckt. Gerechtigkeit vollstreckt. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Gerechtigkeit vollstreckt. 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 Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ihr Team liegt nicht mehr im Turm. Du bist wieder Dienstflopfen. Oh mein Gott. Wie hätte ich das? Ja, stark. Klasse. Tod gesagt, er geht länger. Ruhe. Ihr Team liegt nicht mehr im Turm. Hinter dir. Ich habe ein paar Blumen, die sich nicht mehr aufgelöst. Ich habe ein paar Blumen. Jetzt kommt die Blumen. Ich habe ein paar Blumen. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills für den Sieg. Ruhig, Bruder! Noch fünf Kills. Vor mir kann sich das nicht erstellen. Du schlägst meinen Körper! Noch vier Kills. Noch drei Kills. Noch zwei Kills. Noch ein Kills. Match abgeschlossen. Ein Boot? Dann weiß ich sie nicht. Muss ist das nicht auf, wenn das nicht bleibt. Ich kann es jetzt raus vorschlagen. Ich kann es nicht schlafen. Ich kann es nicht schlafen. Das ist ein Fertig. Ankunft in King's Row Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. 3, 2, 1, los! Ich beschütze die Unschuldigen. Feindkontakt! Ihr Team liegt in Führung. Du bist echt ein Komik, was? Du bist echt ein Komik, was? Oh, meinst! Was ist das? Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. 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 Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Die Tatsachen ver học! Match abgeschlossen. Verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ihr Team liegt in Führung. Ich seh Sie. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Ich bin 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 nicht mehr in Führung. Ab mit dir, Bob. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ihr Team liegt in Führung. Ich bin nicht mehr in Führung. Ich bin nicht mehr in Führung. Ich bin nicht mehr in Führung. Oh, mein... Das war's. Was ist das? Noch 5 Kills. Ich hab ein Auge. Noch 4 Kills. Wiederschön, zusammen. Noch 3 Kills. Noch 3 Kills. Nehmeh. Noch 2 Kills. Das noch 1 Kill. Schieße. In diesem Match abgeschlossen. Sieg. Mit super happens der HitMusik. Das ich in diesem Matchplan will mal ganz Party. In dieses Match strictes. Also haben wir bis zum 1? Willkommen in Blizzard World. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los. Heute sind wir alle Soldaten. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Ihr Team liegt in Führung. Und im Alter wird das immer besser. Ich bin auch nicht mehr in Führung. 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 Ihr Team liegt in Führung. Ich bin auch nicht mehr in Führung. Oh Der Gegner braucht fünf Kills für den Sieg. 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 Walde. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los. Meine Schumme, meine Regeln. Ihr Team liegt in Führung. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Die Stunde hat gesprungen. Geht's Ihnen. Kitz! Nein, mach's! Stopp! Ich bin brandgefährlich. Geht schon wieder. Noch 15 Kills. Ab und zu muss man auch mal an sich selbst halten. Du hast dich mit dem Falschen angelehnt. Geht schon wieder. Maul hält. Gleich mach's rum! Noch 10 Kills. Noch 10 Kills. Das, was ich nicht auf dem Sitz. Gib die Ausschlag! Ah! Ah! Lägg ihn, ey! Lägg ihn, ey! Du! Wir gehen nie. Hallo! Heute sind wir alle so klar. Ja! Schau, oder? Noch her! Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Noch bin ich nicht tot. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Okay, und halt euch hier! Hier ist es noch Kippen! Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Nur die Strufe, die Sauber auszulassen. Der alte Mann hat immer noch ein paar Tricks aufgelaufen. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch einen Kill. den hat immer noch 2 Kills für den Sieg. Ah! Der Gegner braucht noch die Kills für den Sieg. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sie sind in Führung gegangen. Ganz nach Plan. Räuchern wir sie aus. Räuchern wir sie aus. Räuchern wir sie aus dem Kampf vor. Wählen sie ihren Helden. Räuchern wir sie aus. Räuchern wir sie aus. Führung 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 ich muss meinen namen ich Ziele erfassen. Noch 10 Kills. Lauf nicht, ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Schon macht Spass. Noch 5 Kills. Noch 4 Kills. Noch 3 Kills. Match abgeschlossen. Noch 5 Kills. 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 Wählen Sie Ihren Helden. Noch 5 Kills. 3, 2, 1, los! Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Ihr Team liegt in Führung. Jetzt. Jetzt. Ein unbedeutender Rückschlag. Ziele auf was? Ich glaube nicht, ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Man nennt mich McCree. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Jetzt wird's schmerzhaft. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Ich werde meine Ehre gewinnen. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 3 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Ein unbedeutender Rückschlag. Match abgeschlossen. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Doppelkillen. Ankunft im Chateau. Wie halten Sie sich auf den Kampf vor? Wählen Sie Ihren Helden. 3, 2, 1, los! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ihr Team mit Empörung. Man lernt nie aus. Seht, was unsichtbar ist. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich bin nicht so schlimm, aber es ist so schlimm. Auch wenn mit Empörung. Ich bin nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Ich muss nicht so schlimm. meine zeit ist noch nicht wir haben noch eine rechnung die stunde wir haben noch eine rechnung der gegner braucht fünf kirs für den sieg der gegner braucht für den sieg der gegner braucht die stunde hat mit abgeschlossen niederlage unterwegs nach petra gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein sie sind in und sie sich auf den kampf vor wählen sie ihren helden drei zwei eins los gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein die ich werde hier geblieben nicht mehr entführung nicht mehr entführung Okay, ja, das ist dann ein Schildblatt. Bestätigt! Was gibt's doch? Jetzt sein! Boden ist gespannen! Boden ist weg! Geht hin, liegt ein Tor! Wird gesagt, er lebt weg! Du musst nach Hause! Ziele ab! 15! Schlagt euch besser in die Bösche! Die Regen hat es gleich blaues Hohen! Er hat einen Arzt gebraucht! Idiot schlag! Lass stecken! Der geht aufs Haus! Der geht aufs Haus! Er hat dich wieder zusammengeprägt! Komm an da! Der geht aufs Haus! 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 Dämoni! Der Tätik! Der geht aufs Haus! Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ihr Team ist hier zu. Der Drache ist hier. Okay, ihr habt ziemlich anders gewonnen. Ich bin von zwei! 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 Okay, alles auf Anfang! Langsam! Ziele erfasst! Totgesagte Leben länger! Oh! Oh! Ich brauche nach! Ich schmelze! Ich schmelze! Oh! 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 Der Peintreifung total angst! Oh! 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 Anита K全部 in den Huhn! Langsam ein… Ah! quem muss immer ande sel Österreicher das? Zurück in den Sieb- Ja! Lass rein! Mann, nichts Interior! Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Heile! Für euch mache ich erst Feuer unterm Hintern. Hab ich dich. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seht, was unsichtbar ist. Du bist nicht bewegend. Genau, was der Ratsch verschrieben ist. Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg. Zurück in den Sattel. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Ihr Team liegt nicht mehr in Führung. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht noch 2 Kills. Der Gegner braucht noch 1 Kills. Match abgeschlossen. Unterwegs nach Petra. Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Man lernt nie aus. Ah, ja. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Schwarz, verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Drei, zwei, eins, los! Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Es lohnt sich. Keine Chance! Ich muss wieder zurück in den Kampf. Was ist das? Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh 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 Keine Sorge, das ist die Klappe. Also, ich kann nicht den Klappen. Das ist die Klappe. Das ist die Klappe. Das ist die Klappe. Das ist die Klappe. Der Klappe ist der Klappe. Oh 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 Hallo 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 Sooo, dann gelingt's mir gar keiner doos. Hallo? Ja, du bist gestern oben, komm mal. Ja, weil gestern oben, niemand da. Also ich bin um halb neun gekommen, bei Dejonas AFK. Okay. Um halb zwölf bin ich dann ausgegangen. Toll, immer noch AFK, aber... Sooo, der Schlöper mit dem Brot. Jetzt willst du ihn nicht nehmen. Ich finde, dass der Heimlich alle Overwatch-Spiele ist. Glaub schon. Nur mit den Nahrten. Das kann da Sinn, ne? Das kann da Sinn, dass er sofort war. Katswad. Und ja, das wäre doch links der Demokrat-Spiele. Hat er das gesagt? Ja. Hm. Das kann durchaus Sinn, dass das Grund bitte vorwahr. Fack. Für irgendwas wird's hier schon Sinn, also... Hm? Also irgendwas wird's hier Sinn. Für irgendwas wird's... Denk ich jetzt... Sinn. Und, ne? Ich bin eigentlich nur davon ausgegangen. Du wärst doch der direkte Anführungspartner. Er hat sich entviewt. Das ist voll perfekt. Das perfekte Teil. Wieso geht's nicht? Ja. Ja. Als wenn der Name ist. Ich bin mitgeguckt, der... Ja. Na, einfach mitmachen. Ich lausche an du. Fälle fangen. Ich hab einfach nur überlegt, wie sahtet wo du das. Und dann, äh, hab ich's einfach nur gemacht. Hast du ungefähr die Zeit aufgepasst, die da erwartet, wie gestrahlt ist er saht? Ich hab in meinem, äh, vor meinem inneren Ohr sozusagen, mir vorgestellt, dass er sagt, wie sind wir übrigens, dass Overwatch mehr als 100-fach das Game of the Year ausgezeichnet wird. Was? Hat er so jetzt noch gar nicht gesagt? Ich glaub er gar nicht, dass es das stimmt. Dann hab ich mich entviewt und dann hab's anscheinend gepasst. Ich hoffe, die Normalität jetzt klärt sich an die Normalität. Du hast ja mehr schon einfach als Game of the Year ausgezeichnet. Echt? Oh, ne? Hab ich schon gedacht, du serst nie. Äh, ich war aber eigentlich gar nicht gebraucht. Was? Was? Kommen wir vielleicht mal zwei Punkte ab und holen wir mal ein Dunkfest an. Das müsste ja gehen jetzt. Ja, dieser ist doch schon vorbei. Also, die sind vorbei. Das war echt gut. Äh, mal so eine Frage. Sollten denn da nicht andere Naps rinkommen? Ich hab schon nirgends. Es ist eh, André Mapp bei jedem... Alter, es ist eh, André Mapp jeweils. Was? Lass. Ja, André Mapp und Grisfalda haben wir ungefähr eine ganze Mapp gespielt. Havana haben wir ungefähr drei ganze Mapp gespielt. Und Swo haben wir jetzt auch so eine treten Eidwall. Die reißt irgendwie gerade die Mund ab, hab ich so das Spiel. Die reißt die Mund ab? Ja, du hast eins, zwei Paketverlust. Wie kann denn das denn? Ja. Tatsächlich? Hast du im Video SA IP V6 ausgenommen? Natürlich. Und dann... Der D ist gerade auch nicht. Ja, okay. Okay. Buttlust, der Betriebsahnut hat er gesagt. Fachkreis sind auch der Buttty genannt. Also ich hab 240.000 bei Leitungen. 240, genau. Ja. Haben wir eigentlich nix da? Jetzt geht er da bei Get-Loss, genau. Vielleicht hat er wohl da immer seine Leitungen eingeschafft. Ist das wahrscheinlich, ne? Kriegt sich dann auch andere Leit aus. Auf geht's. Ja, ich brauche dich. Ja. Ja, komm hin. Vorne. Ja. Faut dich? Ich fragte mich noch, ob er rauskommt. Nein. Hä? Ich hab mal rausgeguckt, was hat er gemeint. Ich glaub nicht, wer da hier. Ich hab gesagt Nein. Nein, ne? Verneinen wie ist die Verneinung einer direkten Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten wäre? Ja, ich hab nochmal rausgeguckt. Naja. Ja, dass war indirekt schon ne Frage. Ja, dass war schon ne indirekte Frage. Das war schon ne indirekte Frage. Ja, das ist die Frage. Indirekte Frage. Kann man mal jemanden sagen, wenn ich so viel Tag getroffen habe? Ja ich möchte ich gar nicht, vor allem mit IQ farbieren müsste es eigentlich behobt sein und jetzt fangt es bei dir einfach wieder auf. Der Gun, probieren wir was. Wir haben gemerkt, oh, oh, oh! Also ich hab... ich hab bloß den Tag geblasst. Oh! Du hast 58 Millisekunden ping, plus 160. Oder plus minus, das heißt du, dass die Daten frierkrieg ist eingestückt worden. Ja, das mit dem Plus-Minus hab ich irgendwie noch nie so gehabt. Das ist normal. Plus, Minus, 4,5. Ja, naja, ich kapiere was anderes. Ich hab... ich bin nicht Google-Apion, das ist alles normal. Welches ist der Paketverlust, das ist nicht schreckt. Ja, naja, ich kapiere was anderes. Ist gut denn normal,ーー wenn du wieder irgendwas machst. going to China got the type a auszwiebeln China getroffen Ich würde ja immer gerne wissen, ob da Bock ist. Der steckt wahrscheinlich in seiner Freundin durch. Komm, die noch du ist. So, da kann ich nochmal auch rühren. Mal vor. I. Die Schreiber werden mit dem Schreiber verletzt. Oh Überraschung Was ist das? Was war es? Was ist das? Oh, noch mal, noch mal! Ah, okay! Powerwatch! Die Wattflaster ist schon verstanden. Was ist denn jetzt? Wo hängt sie nur? Wenn der Boxschner verboten hat, braucht er ein Schnerz an den Karten. Oh Oh, 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 oh. Oh 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 Hallo 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 Hey 3,4,5 4,5 Also Wir haben Acht, also Hallo Gibt es den Overwatch? Hallo Du hälst, ich verantworte es also und ich verantworte es nicht Ich denke, vielleicht wird das Overwatch mehr zu nicht, sodass es gegen 4 years gezählt ist Und das obwohl ich sehr sehr oft immer und immer wieder sehe Ich würde mir jetzt eigentlich gar nicht aufgefallen das gesagt hätte ich schon mal Unterwegs nach Havanna Geh Ja Geh Ja Geh Ja Geh Ja Ja Hallo? Hallo! Ja, da bin ich auch. Du bist der letzte Pass-of-Exile-Experte, der noch anwesend ist. Manchmal... Doch, du bist Experte. Wolltet man so eine Flasch bestellen, wo was drauf ist. Manchmal kann ich einfach nichts machen. Wie heißt denn das? Hä? Also ich kann keine Fertigkeit mehr machen. Ich kann nur rumlaufen, aber ich kann keine Fertigkeit mehr machen. Hä? Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich wollte mal eine Flasche kaufen, ne? Mit Rang? Ja. Ja. Da gäbts doch bestimmt wie... Äh, Removes Bleeding. Gäbts doch irgendwas wie Removes... Ich kann keine Fertigkeit machen. Ich kann keine Fertigkeit mehr machen. Jo, komm mal. Jo, gäbts sowas. Keine Ahnung, was du von mir willst. Zeig mal her. Ich schaff nicht. Wie soll ich's denn jetzt sein? Ich hab's ja nicht. Manchmal, ne? Du schnarchen und auf Ammo kann ich einfach keine Fertigkeit mehr machen. Du hast keine Manna mehr? Nee. Ich hab... Hm. Nein, nein, nein. Das wär's nicht... Meistens ist es, wenn man die... Gläder Schränke aufmacht, da passiert's auch sehr oft. Mach's so auf, ne? Kann ich nix mehr machen, nur noch rumdäscher. Ich mein, man hat dann also... Eigentlich... Noch nie gehabt. Einen Totenkopf überm Kopf. Ich glaub, dann ist es immer. So... Du weißt nicht. Verflucht, oder... Ja. Gäbts doch nicht. Was spielst du? Ich glaub... Ich glaub, silence, wenn man da halt gesilenced bist. Äh... Ich weiß gar nicht, ob sowas gäbe. Ja doch, das sind doch manchmal die grünen Kringel unter dir. Dann muss ich rauslaufen, sonst kann ich nix casten. Äh... Ein Kringel? Ja... Hahaha... Ehh... Also, Pass Exile heißt das Spiel Schimmeln. Ist immer doof, wenn es dann Fälle lenkt. Ja, aber... Was du durfte zählen, habe ich... ...meine... ...wenn ich noch 100 Stunden noch nie gehabt. Keine Ahnung, was du Mensch... Was sollst du jetzt laborieren, dann hab ich so viel hier. Oh, was ist denn das? Ne, oder? Alba. Ja, alles aus. Leuchte einfach die Superior Sterneleihe. So arrogant. Und was mach ich damit? Ich hab nur Guidecrete, dass ich die Aufheber soll, wo... ...Qualität hat. Ah ja, was ist denn Superior? Das ist ein 20er Sucker. Hehehe... Uuuuuh... ...ehh... 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 Oh, oh, oh! Gibt es Glück schon? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Heute sind wir alle Soldaten Jawohl Angreifer nähern sich Feindschuld, halten Sie die Fracht auf Oh 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 Du wirst noch gebrauchen Ausruhen kann ich wenn ich tot bin Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Unverbundbarkeitsfeld gestanden hat Los Sie properly Die Hörte mich um Safia weil Sie immer wieder aufstehen Oh K Okay. Mein Ultimate ist bereit. Und ihr? Ich hab die Widow und die Mercy gekillt. Die hab ich die Widow noch mal gekillt. Wie kann das hin? Die hat aber auch nicht gesetzt, ne? Wird er zu der Rest durchkriegen? Kann gut sein, ne? Wo ist er denn, die Chaos? Oh ja, schön. Denk ich zwar froh und dann hat er gemacht. Schnittdruck. Vorsichtig sein, wenn das sag ich das unfair, dann sag ich das unfair. Dann sag ich das unfair. Kann ich die Stresse einfach mute, dann passiert das einfach nicht. Dann sag ich das nicht. Dann sag ich das nicht. Klasse. Ich bin nie gleichzeitig wie unsere Heiler. Ja, das ist normal. Das ist Overwatch. Bock drauf. Eigentlich nett, ne? Komm, ich schieß mich nochmal selber da unten. Kalt mal. Was sagt hier eure Wunsch? Hey! 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 Ich hab hier einige Korrekte zu. Schwöp. Oder hab ich auf. Was? Das ist er, wenn ich zu heilen. Oh! Bitte? Ja bitte? Ja bitte? Ja bitte? Kannst du mich nicht heilen, so bist du auch an der Soldируer. Ich bin ein Heiler, ja? Halt mich mal. Ich muss mal einfach von der Widow in der Scheibe gehen, den Tatkopf. Warum mach ich denn das? Ich hab den Heiler gekillt. Unser Heiler hat die Widow gekillt. Währenddessen sind zwei Leid bei uns gestoppt. Was zwei Leid bei uns? Ich sterbe, ja. Ich hab da an der Gegner ein bisschen der Putsfülle. Die Meurer trefft mich mal mit ihrer Heilung. Geh da weg, dann steh ich schon. Da ist noch jemand Heilung. Ich habe den Beleid mit der Kinder. Oh nein. Feuer frei. Aber Leute, da sind noch einige Vorrede, die ausgefangenen, die ausgefangenen. Ja, das ist ein Schäfer gegen die��treibung. Ah, das ist ein Schäfer. Ich habe es nicht gescht. Ich bin ein Schäfer, oder? Was ist ein Schäfer? Da ist doch deine Ulti Ich bin schon wieder süß Formiert euch bei mir Ich hab dich immerhin sie Ich hab dich immerhin sie Ich hab dich immerhin sie Mir steht keiner weg Toast von oben Ja hot Ist das schon zwei Morkiller da was? Haut heraus und steck Sammel! Sammel! Er ist mir klar Sammel! So ein Ausgeben ist mein 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 Es wird massiv Ich will euch meinem Willen Komm her und lass dich stabilisieren Ha Alter, jetzt haben sie ganz viele Dummer, die da geschießt, sag ich Du hast die Dier in die Mühle, hat aber nicht Bei dir Ich habe die Wand gerannt Bei dir Ich bin für War noch eine Idee Hauptsache Wund Ich habe die Wand gerannt Ja Ein Stück weiter, war ein Loch Ich bin für Ein Fiete raus, du jung Alle anderen haben Fiete raus, cool Ja, das ist Overwatch, wie gesagt Das hat ca. 100 Game Gear Auszeichnungen Vorher, vorher, vorher Okay Ah, klasse Spiel, bis zuletzt hinausgezögert mich dann noch verloren Der Bock drauf Da haben sie Oh nein, der Bock drauf Oh nein, der Bock drauf Ja Perfekt, jetzt habe ich jetzt da um die Ecke drauf, schießt er mir in den Kopf Ah, schön Hüpp Ich hab dich hin wie ich sie Läpfen zu haben Kann ich mal Hallo 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 Für Sekunde, jetzt langsam einer noch einer verrecken und dann haben sie es auch noch mal ausgeworfen Ah, fach Das ist mein Wille Wo ist er? Das ist nicht Sie Das Spiel hat mir eigentlich nur gezeigt, dass ich keinen Bock habe Ja, alle los geht Ja Ja, wir haben doch gewonnen Ja, weiter Das ist mein Wille Wenn es zugeht, muss es direkt das nächste aufgehen Schein, noch 10 Stunden schon Jetzt doch runter, watch Macht das Spass? Ja, aber es ist mehr als unendfach, als gehen wir auf die Erstgezeichnen Okay Oh Oh Was machen wir denn da? Na ja, Overwatch spielen, was will ich denn machen? Klasse Weil man nicht schnell genug verloren wird, jetzt Drift zu sind und Pfff Oh, das ist das nicht das Richtige Ankunft in Kings Row Das ist nicht das Richtige Ja, das ist natürlich, wenn es nicht das Richtige ist, ist es nicht das Richtige Muss ich ein anderes nehmen Unterwegs nach Havala Ach, du Rift ist ein Hof Ach, du Scheiße, nein, ist das geil Das Spielgut, ey Hä? Das beste Spiel aller Zeiten Was fände es dann? Pass of Exile Ah Oh, Hoppla Ja Geil Hä? Nee, hat mich irgendwas mit deiner Kehle verheddert? Weiß ich nicht Trinke und gleichzeitig atme ist nicht so das Fick Warum? So, jetzt atme sie Ich habe einen Untertitel Entschuldigung Mann 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 Das war's für heute. 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 Yeah. Ja, du, du bist, das war's für heute. 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 Oh, da 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 war's für heute. Du schaltest das Nichts. Oh fuck. Oh fuck. Geschützt nach dir. Hehehe. Highlight des Spiels. Oh not, jawohl. Oh. Aha. Stop and kill. Okay. Stop and kill. Stop and kill. No, it's tight. It's tight. I didn't think. I didn't think that it was tight. Stop and kill. Oh yeah. But now not. I'm too late. I'm too late. I'm too late. Oh, there's another one. Oh, there's another one. Oh god. You can't do all the other ones. What will I do? I didn't know. I didn't know. I'm sure. I'm too late. I'm too late. I'm too late. I'm too late. Here's another one. I'm too late. I'm too late. I'm too late. You're too late. I'm too late. stelle mal ganzer vegetarisch also und der jetzt drin redet sowohl aber du kennst halt einfach falafel bestellen was ist denn das wieder? Kiechererbse anstatt Fleisch Kiechererbse stimmt falafel sind geil ich könnte mal noch Schnitzel aus Erbseprotein in den Sortiment aufnehmen, das tut Batsche ja, ich bestelle mir jetzt eine Pizza mit doppelt Wurst drauf kann ich schon machen, sicher um das auszugleichen genau, das ist gut ja ich habe mich aber versucht selbst auszugleichen, indem ich ein neuer Westgeserb Kiechererbse Klasse Kiechererbse ah ja das war ein Bio-Key 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 wie sieht es nah aus, sollen wir noch ein Overwatch spielen? Kiechererbse bin ich mir noch nicht so sicher ich bin jetzt netflitter mit der Sauboll kommen müssen und sah wieviel doch Auszeichnungen und wieviel Auszeichnungen hatten das ungefähr mehr als hundert mehr als hundert also hundert Ends also genau weiß es niemand aber auch wahrscheinlich ja irgendeiner muss es ja genau wissen, schon kennt ihr können das sah mehr als hundert irgendeiner weiß es aber ich bin immer froh wer ist es denn? wer ist es denn? ah was? sicher du bist Level 9 und ich bin richtig am Ball geblieben kennst du das, wenn du manchmal da stehe ich und du kannst nichts mehr machen? na du brauchst schon Flush, die das weg macht Mensch, Immune to Freeze nein leider nicht habe ich auf dem Ring ich denke ja du warst du ich denke Immune to Freeze also Freeze ist hier wahrscheinlich, die kannst du dich nicht mehr bewegen ja ja kannst du auch nichts machen dann ich kann mich bewegen ich kann auch mein Dach machen aber ich kann viel Gasstrahlen nicht mehr machen das passiert so oft kenn dich noch aus der Lichtstütze wäre mir jetzt nicht immer dass die ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr Was mir aufgefallen ist... Wunschst du game und Overwatch spielen? Hallo? Oh ne, ich bin ertappt. Der O-Meld-Button findest du denn nicht? Da ich mich ausgelockt habe und überhaupt nicht drin bin, bin ich gerade nicht. Nee, du bist nicht drin. Hast du echt viel gemacht oder was? Ja, wie gesagt, ich habe kein Bock. Wer und? Komm, nimm. Die Leute haben halt bezahlt, um die Show zu erleben. Jetzt findest du kein Bock. Boah, was ist das ein K? Wenn das nicht die Spiele will, ja? Hallo? Ja, ich habe keine Mühe. Ich habe nichts mehr für den Mühe. Ich habe keine Mühe. Ah, ich kann mich noch nicht entscheiden, was ich da will, mit der Bock auf Burger. Ja, gut, dann kommen wir auf, wo ist das Problem? Vielleicht stehe ich mal wieder bei Gemma Pizza. Ja, genau, oder? Du kommst noch, go watch. Alles möglich. Du hast schon mal bei der Steakhouse probiert, ne, Bernhard? Du hast schon mal bei der Steakhouse probiert. Probiert schon, ne? Ja. Ich würde mich jetzt fast sogar erwarten, dass die Frage gleich kommt. Was ist ein King Burger und Steakhouse Burger? Genau, was ist aber bei der Steakhouse? Bei der Steakhouse wird es Barbecue-Sauce drin, ne? Ich glaube, Steakhouse ist meistens mit Barbecue, ja. Gab's doch mal Hamburger, Mensch, Alter, ey, da ist es. Mach das so, und dann filmen wir grad verweilen noch was, jawoll. Und dann wird die Overwatch gebrochen. Filmen wir das mal. Und dann wird die Overwatch gebrochen. Machen die auf. Genau. Pizza geöffnet der Lock. Okay. Die Overwatch ist A aus. Die Overwatch ist A aus. Kann losgehen. Haha. 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 Okay. Und dann wird die Overwatch ist A aus. Das war's für heute. Okay. Das war's. Und, wie sieht's aus, Overwatch? Ah, hello. Und, wie sieht's aus? 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 Oh, ja. Genau. So ist es. Die Erfahrung wird dann auch schon mal weg. Das macht Spaß, das ist lustig. Das war grad witzig mit anzusehen. Guckst du doch heimlich zu? Ja. Ja. Ja, aber er ist halt ein bisschen enttäuscht, dass es kein Overwatch ist. Ja, das kann gut sein. Ja. 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 Oh, hopla. Oh, hopla. Oh, hopla. Oh, hopla. Das ist mein Fluch. Von den Toten auferstanden. Oh, hopla. 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 Jetzt geht das eine ab. Was man so alles findet. Was? 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 Doch wo ist die Gegend? Ist jemand dieses Spielmacher? Nicht-deutschen Platten. Was man so alles findet. Mach das. Keine Sorge. Das ist nicht so lange wert. Das hast du schon lange verdient. Oh. 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 Stop. I'm on fire. Ah. 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 Nehmen Sie sich Ihren Krothausbrüdern an. Und erohnen Sie sie an. Ah. Ah. einfach umwerfen. Findet ihr nicht auf? Jetzt geht es! Habe ich was verpasst? Hier haben sie immer genug Pylonen. Oh! Oh! Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. Ich sollte hier nicht gerne bleiben. Ich stehe vor und bin immer noch auf ein Fall. Die Angriffsphase bewegt in 30 Sekunden. Also statistisch gesehen bringe ich den Großteil meines Teams Lebens zurück. Wie gesagt. Stopp! Saria, wie kannst du bei dieser Kälte in so einem Aufzug nur kämpfen? Gib mir deinen Mantel, dann verrate ich dir mein Geheimnis. Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank! Alle zählen auf mich Okay, we got spawn advantage I don't touch that Don't die, kill the Don't die Das hätte besser laufen können Wait, 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 wait Wait for my barrier If you break then Warlock I'm out of barrier Put me on the light I'm out of barrier I'm out of barrier I'm out of barrier We have Grave and nano me Oh, sorry Ich bin gleich wieder bei euch. 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 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Ich bin gleich wieder bei euch. 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 Ich bin gleich 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 bei euch. Ich binасьte bei euch. Ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. they dont have anymore lords Runde 3, abgeschlossen. Punktestand, 4 zu 2. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Ich spüre nicht einmal die Kämpfe. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich habe dich wieder zusammengeblickt. Das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Hands out. Aggarier. Toll innen 2018. Ich muss wieder zurück in den Kampf. Ich habe dich wieder zurück. Ich stärke dich. The way to meis. The way to meis. Der um Heiko. 1 We don't have buff. We don't have buff. Try and use the rally preemptively here. I'm coming back. Get back, you can speed. Try and use the flange. I'm coming back. 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 Come here. Thank you. I don't want to use it. Was? Ich hab dich wieder auf. Was? Ich hab dich wieder auf. Der Flanken ist auf. Maccree flankt. Maccree und Reine. Reine auf der Seite. Das ist eine Asskülle. Geht der Fahne. Danke. Das ist ein Eisboil. Das ist ein Eisboil. Das ist ein Eisboil. Zoom behind us. Stop chasing him. Okay good job. Roll in. Das ist ein Eisboil. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Die Kavalier ist da. Die Kavalier ist da. Das ist noch 60 Sekunden. Schmerz die Kaffee zu krank. Schmerz die Reisende Kracht. Wir haben uns gezwert. Sanya? Oh Highlight des Spiels Folgt euch meinem Willen Doppelkill, dreifachkill Doppelkill Doppel. Doppel. Doppeln Okay. 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 ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... 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